Schönen guten Tag miteinander. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode SpriteFox. Hallo zusammen, hallo. Saletti miteinander. Da sehen wir gerade wer heute am Start ist. Jayco, Knot, Chris Mardonna und auch unser Gast Digitron. Und Schulti hat ein kleines Überraschungs-Episode-Apparat. Er hat irgendein Deathmatch für uns vorbereitet. Und wir haben keine Ahnung worum es geht. Oh, Büsse! 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 Also, jetzt ist man da aufs Dach hoch. Zu den Orangen. Spannend! Und zwar von dieser Seite da. So, aha, Militärautos. Ein Kipplaster. Büsse! Büsse! Kannst du sie runterladen? Auf welche Seite soll sie runterladen? So wie wir stehen. So richtig blaue Wände runterladen. Das ist geil. Das ist wie Baseball. Okay. Ist sie los bei euch? Sie ist unten, ja. Moment, ich muss sie schnell bei mir noch los schicken. Ah, das ist wie so ein... Ah, jetzt checken wir es. Das ist aber lustig. So ein wenig Domino Day mässig. Jetzt ist sie weg. Nein, jetzt ist sie weg. Ah, jetzt kommen meine hier vorne. Seht ihr die? Nicht? Ähm... Oh, jetzt sehe ich sie. Ah ja, genau. Die sehe ich auch. Jetzt müssen wir alle hier unten bleiben und sehen wir uns. Jetzt ist sie weg. Nein, sie ist wieder hier oben. Jetzt ist sie wieder oben. Hä? Verarschen. Äh... Entschuldigung, du hast doch eine korrupte Scheisse gemacht. Hä? Hä? Ja, nein. Jetzt kommt es nicht weg, bis du hier. Oh! Jetzt haben sie dich gerade umgelegt. Hä? Sieht mir recht. So. Uh, jetzt geht es aber. Jetzt fährt sie hier ins Kornfeld rein. Der Bauer ist schon bereit. Aha. Ah, ich sehe. Jetzt muss es gerade. Hä? Ja, ich auch. Ich bin Team Rot. Hörig geil. Okay, wo ist das Goal? Ja, wo sind denn so eine Mausbuchtung? Ja. Ja. Wo ist der Goal? Ja, aber... Jetzt erst noch ein bisschen in die Mitte. Ja, genau. Anfangen. Ah, für jeden Tag. Du hast es in die Mitte, oder was? Was ist da am Boden? Ja, du hast ihn mit seiner in die Ecke gekommen. Aha. Und dann hat es noch irgend sonst etwas komisches. Das ist jetzt Anstoß, oder was? Nein. Also guck, wir könnten dann ja machen, dass wir sie an eure Wand einfach mitbringen. Und ihr sie an unsere. Das dann schon als ein Punkt gilt. Okay. Ja, probieren wir schon Goal machen, sonst wenn es nicht geht. Ja, wo ist denn das Goal? Ich sehe es. Jetzt ein Loch. Aha. Und wo hat es bei euch jetzt? Ja, dort. Das habe ich nicht einmal gesehen. Noch ein bisschen grösser. Das ist ein bisschen grösser. Das ist ein bisschen grösser. Ja. Ja, also, Moment. Jetzt muss ich mich aber positionieren. Da fangen wir an. Ja, das ist gut. Ja, ich bin Goalie. Okay, los. Los. Und eine riesige Stimmung in der Sendichose Arena. Oh. Oh, jetzt. Oh. Einen riesigen Angriff. Oh. Von deinem roten Teufel. Ja, du. Ich lasse ihn mal kommen, gell. Hast du rausgeknotzt? Ist es aber schon schön, dass die Kugeln nicht verschwinden, oder? Ah, da kannst du ja durchkommen, ja. Ich gehe hier abwehren und dann kannst du schön vorbeifahren. Aha. Oh, oh, oh. Es läuft in der Taktor. Oh, fährlich. Ja. Sehr fährlich. Ah, ja. Sehr fährlich. Ja, das ist gut. Äh... Abstehen. Ja, das ist eben das. Wenn du zu Hause kommst, musst du dich selber unterhalten können. Mit so Scheissdreck. Eine sehr gute Idee. Ja, das ist wirklich geil. Vor allem, dass es funktioniert, hätte ich nicht gedacht. Nein, ich hätte gedacht, du glitschst immer wieder weg, die Urenbölle. Ja, dass wir dann einfach vielleicht alle mal runtergekickt haben und dann... Das Foto immer vor, schau. Das könnte man eigentlich auch Baseball-mässig spielen. Ich glaube, da könnte man auch noch 2-3 Jungs rüber. Ja, jetzt sind wahrscheinlich die ersten 429 Tumskisten, die das machen. Ach, dann aus der Arena. Weisst du, was ich mache? Oh, was ist? Oh, mit Böbeln hier. Ich bin für das Gefäß. Rufelbildung. Ich kann ruhig kurz, wenn wir Granaten schmeißen, oder? Ja. Das ist der ganze Spass vorbei, nachher. Ja. Ich komme mit dem Weg für ein Sieg. Komm Digitron, sperr den anderen. Sperr den Schulti! Nein! Nein! Jetzt bin ich immer völlig verhangen. Du hast recht, jetzt ist die Chance schuld. Ja! Pff... Ja. Dann va�ere. Ja! Dann faade ich die Höhe. Wow, ja. Ja, das... Da war der Bodensegeberkater. Nicht die irre Geschäuze... Wir haben den Hut. Ja... Ja... Schau mal mit dem Tracker. Ah! Jetzt bin ich. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Komm ich nicht mehr weg! Ich hab dich geblasen! Ah, heilig! Komm ich nicht mehr weg! Hahaha So, ich halte ihn fest. Nee, ja. Ich halte ihn nie fest. Lacht den Böller, ich hab dich geblasen. Oh nein! Oh nein! Oh nein, jetzt ist er oben drauf. Hahaha Was machst du da? Aha! Du musst ihn wegschneiden. Genau wieder ins Fahrzeug. Ist er bei euch auch da draußen? Ja, ja. Ah, ok. Nein, mir nicht. Was? Bei dir nicht? Ah. Nöte! Ja, ich muss... Lass ihn kommen! So, jetzt. Foul! Haha, ich höre es bei. Hahaha. 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 Oh, schön! Yes, 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 yes! Look, Ronaldo! Oh, oh, oh! Yes, 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 yes! Oh, oh, yes! Ronaldo hat sich selber... Maradona? Nein, war Ronaldo immer so. Hahaha! So, jetzt gib mir einen Pass... ...und dann mach ich dir auch... ... ein schönes Kopfballtor. Gibt es kein Auto, das so ein bisschen... Das ist ein Slowrider, oder? Vielleicht müssten wir das mit anderen Autos machen. Ja, vielleicht, wo es nachher kuppen. Aha, ja, definitiv. Mal ein bisschen schneller, wenn man da rein könnte. Und so. Das wäre noch lustig. Super Sportwerk. Ja, ja, ja. Irgendwo, wo es gerade ist, das wäre echt ein bisschen shit. Ja. Ja, gut! Vielleicht kannst du... Ich weiss nicht, ob... ... die Wände... ... sind die auf der Seite ein bisschen geredet? Oder bleibst du auch hängen? Das Feld auch ein bisschen weiter unten wäre auch fest. Jetzt weißt du, es läuft gerade, das Feld. Ja, bleibst du immer hängen. Ah, jetzt war... Ja, wenn du einfach rumfährst, dann fangst du nachher nicht. Nein. Kippt jetzt. Haha, jetzt ist etwas abgekalt. Oh, wo bin ich? Haha, oh shit. Wollen wir ihn probieren mit Granate einzustrennen? Hääääh. Haha, wöerlich. Haha, wöerlich. Haha, wöerlich. Haha, wöerlich. Ein Beispiel. Hey da, weißt du was? Ja, Friday! Ja? Ja du! Also ich applaudiere mich. Das war wirklich eine tolle Sache. Ja, dann machen wir jetzt ein Missionchen. Missionchen weiter. Also, auf geht's! Und weiter geht's mit dem kleinen Missionchen, der uns unser netter Thomas zugestellt hat. Das bin ich. Thank you, Thomas. Kein Problem. Thank you, Thomas. Nice. So, nicht einmal mit 200 Tusig. Letzte Level 30. Und am Start natürlich der deutsche Throne. Wo jetzt neue Level 8 ist. Der überholt uns mal nahe. Er startet durch. Mhm. Zu Lande, zu Seele und in der Luft. Die wird super geil. Mhm. Liefere den Anhänger ab. Die ist gestanden. Aha. Aha. Ah, da kommt ein Bekant. We gotta get out of here. Die Melodie macht super gute Laune. Ja, genau. Da ist der Hütte. Der Hupenconi. Komm, wenn der Sieg mal in die Schweiz kommt, können wir es sehen. Hupenconi. Der Hupenconi. Komm mal, das ganze Lied los. Hupenconi for life. Ah, der hat sicher noch Zeit gebraucht, bis es mit seinen Hupen gegangen ist. Danke. Hupenconi. Du hast ja den Hupenconi genannt. Hupenconi. 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 Vielleicht können wir das mit der Altenhupen anstellen. Genau. Hupenconi. Thomas hat jetzt noch eine Händliche auf. Hupenconi-en. Yes, naja. Hupenconi. Hupenconi. D dared dich jetzt rung, vor der Leigen? Hupenconi. Das ist so geil. Wo ist der Digitone? Wo ist er dann? Oh, er klappt unser Arsch. Riecht unsere Reifen. Leckt unseren Staub. Oh, apropos. Wer ist am Fahren? Staub. Entschuldigung, möchtest du lesen? Ich habe schon wieder die Brille vergessen. Ah, ja. Die Laserkorrekturen machen, die beim Sparen sind. Also, ich probiere es. Ich probiere es schnell zu machen. Zu landen, zu sehen in der Luft. Dass Meriwether hier bei uns aktiver wird, hat auch seine gute Seite. Plötzlich sind Militär... Luftfahrzeuge verfügbar. Sie haben zwei bewaffnete Helikopter auf dem Dach vom Pier 400 im westlichen Hafenbereich. abgestellt. Sie können... Sie können... Sie können sich bei einem guten... Einem Job gut gebrauchen. Liebe, wir sind hier zum Lagerhaus. Und ich sorge dafür, dass man um dich kümmert. Dann komm, ey. Die Kinder sind schwer bewaffnet. Also, pass auf dich ab. Yeah. Schwer bewaffnet. Jetzt... Hahahaha. 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 So geil, ey. Hahahaha. Hahahaha. Den Ding, den müssen wir in die Beschreibung nehmen. Dann sieht das auch mal den... Hahahaha. Ticketroll. Nein, der Hupen-Koni. Weisst du nicht, dass er in der Schweiz eine nationale Berühmtheit ist? Er ist weltweit. Er ist für eine Nationalität. Er ist Österreicher, oder? Österreicher. Er kennt sicher einen schadenen Team. Sag mal. Ah ja, das stimmt. Background-Hunker. Ja. Also willkommen noch, alle Österreicher und Liechtensteiner. Natürlich. Es ist wirklich toll, dass wir so ein internationales Netzchen aufbauen. Jawohl. Ja, leg es mir an. Interessante Leute. Ist das Österreicher? Freilich. Achtung. Freilich. Oh, Obacht. Nein, weiter, zurück. Zug, Zug. No. No. Der geht schon wieder raus, ey. Wer steigt aus? Oh nein. Aha, ich bin zu früh ausgestiegen. In meiner Globi. Rette sich, wer kennt. Gib ihn weg. Kann man nicht die Crew umbenennen? Wow. Hupen-Konis. Sprite-Konis. Sprite-Konis. Hast du das Video eigentlich per... What the fuck happened? Ja. Bin ich wieder rausgefallen, oder was? Ja. Nicht schon wieder, oder? Ohne Scheisse? Nein. Ja. Ja. Ja, nein, du. Der hat immer Hupen. Der hat immer Hupen. Ja, nicht schon wieder. Ist schon der vierte. Hast du einen neuen heute? Ja. Nein. Hast du einen neuen? Nein. Ich glaube... Ich glaube irgendwie... ... sonstige Störer... ... Faktoren. Das ist komisch, weil... ... wenn ich es nicht wirklich ein Problem hätte... ... dann würde ich es ja sagen, oder? Ja, es würde dann schon etwas sagen, ja. Yeah. Ja, dann sind wir doch froh. Hast du eine Kamera, oder? Mhm. Die sind aber recht verteilt hier. Welche von diesen Schlaminen? Ja. Ja, aber... ... ähm... ... nochmal zurück zum... ... Hupen. Geile Mission. Äh... ... Hupen, Koni. Hast du den per Whatsapp bekommen? Äh... ... ich... ... über Pro Album. Ah, okay. Du siehst. Wazen. Ist doch ein Grund mehr, ... um sich nicht vom Whatsapp trennen. Ja. Soll ich ein Video da tape? Kann ich dir ab dem Mailschiff? Nein, nein, ich habe sie natürlich. Ich habe sie gesperrt. Ich habe sie im Handy. Ich habe sie immer handy. Was ruft ihr denn da? Aha. HK. Hupen, Koni. Hupen, also wenn man... ... im YouTube Hupen Koni eingibt... ... dann... ... dann kommt er gleich zusammen. Der... ... geil ist ich. Dann hupt's. Hupt und Koni. Das ist glaube ich einmal im österreichischen Fernseher gekommen. So wie es so aussieht. Was sehen wir da? URF, oder? URF, oder? URF, hoch Tirol. Na, du... ... aber gut. Shut up. Ah, Superwächter. Heißt es glaube ich seine Band. ... da ist einer. Wir müssen glaube ich aufs Dach. Ja. Hier rechts hinten. Im... ... West... ... äh... ... komm mal rüber. Haha. Kannst du uns zu lügen? Ja. Ja. Aha. Oder... Ja, ich bin gerade am Hupen Koni am schauen. Aber ich kann schon... Scheisse. Wie kann ich euch eigentlich zuschauen? Bei Freunden beitreten. Oder... Aha. Oder auf jemanden gehen und das Spiel beitreten. Da kannst du noch schnell zuschauen. Und dann können wir nämlich einfach... ... die Kickdown machen. Speil beitsch... Aha, ja. Da kann ich ja nachher mit uns rennen. Hm. Detailster Sitzung. Das hier ist voll im ORF gekommen. Du glaubst ja nicht. Haha. Hat er noch mehr lieber? Ja, das ist glaube ich schon sein grosser Hit. Aber ähm... Ich denke nicht. Ich verrecke jetzt den gerade. Ist schon da oben? Ja. Aber es ist eben kein Schutz, wenn du da oben kommst mit den Leitern. Hoch Tirol präsentiert. Konis Hupen. Wem habe ich denn die Mission gemacht? Nicht mehr Glück. Ja, die habe ich schon mal gemacht. Weiter. Ja, ich gehöre. Das könnte uns ja noch ein Jingle werden. Ja. Ein spezieller Moment. Ja. Haha. 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 Stellt euch doch gerade auf. Hm. Jetzt kommt der beste Teil. Oh nein, Konis Hupen heisst, er hat nicht Hupen gekonnt. Sorry, die Band heisst Hoch Tirol. Aus der Berg. Eine Band. Hoch Tirol. Hoch Tirol. Also für alle, die die Zähne kaufen wollen. So, also. Was mache ich dir da? Jekko, schau zu. Jawoll. So, dann nehmen wir doch jeden ein. Das Köpterle. Die können ja mit dem Köpterle abschiessen. Natürlich. Das Köpterle. Das Köpterle. Oh no 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 no. Was müssen wir jetzt? Müssen wir die noch immer absetzen? Oh, leck du mir. Nein, ich bin tot. Oh, der Knopf. Knopf, Knopf, Knopf. Knopf, was ist deine Aufgabe? Meine Aufgabe ist jetzt, den Helikopter zu liefern. Jetzt kommen nur drei. Drei für Ende. Aha. Ja gut. Ist nicht mehr weit, oder? Zeig mal. Ich schaue gerade mal. Äh, nein, du bist bald dort. Die Stimmler kennen wir vom Code. Nein, nein, wirklich. Wirklich? Ja, ja, wirklich. Nein, nein, beim nächsten Autobahnkreuz. Ich kann nicht sagen, was es dort hat. Aber wahrscheinlich so... Ich weiss nicht, was es dort hat. Aber wirklich nicht mehr weit. Zehn Sekunden bist du da? Oh, schau, der Frosty. Da ist doch der... Dasprod macht der Frosty. Ich möchte die da sprechen. Ich bin von den Frosty. Noch eine Mission complete von SprintyBox, bei mir heisst der unknown player Bei mir heisst der unknown player Verdammt. Darum komme ich nicht vorwärts. Also... Da habe ich irgendwie alles ein wenig. Ja, ich auch. Tschutschi. Ausser das Käferchen. Ja, über alle Berge habe ich nicht. Aber... Ja, ich auch nicht. Ja, dann mach mal die Uhr, sag ich. Sicher wieder... Gefährlich im Pfad. Acht auf seine Geschwindigkeit. Blablabla, bergab. Ah, ist nicht flugig. Das ist risquent. Risquent und spannend. Ah, ein Rachen. Der Motorräder. Punkt zu Punkt. Gte. Punkt zu Punkt. Ah, ein Motorräder. Ja, das ist sicher geil. Jawohl. Aber manchmal kackt es mich schon ein wenig an vorne fahren. Haha. Weil irgendwie trefft er mich um. Ja, schon. Ja, schon. So. Also, ich nehme farblich... ...nehme ich den Atomic Tyres. Vorher zum Kudel, um mich ein wenig zu tarnen. Haha. Das ist ein Kiffer, ey. Ja. So, ich wette mal wieder auf mich. Ich bin so geil drauf. So, ist der Digitec... ...digitale Name startet? Nein, nein. Das sieht schlecht aus. Ah, das ist gegangen. So schade. Mhm. Tschüss zusammen. Schulti, gleich schraubt. Nein, der Knopf ist gleich... No! Oh. Nein, ist das nicht wahr, ey. Jetzt fahrt er wieder an. Hast du gesehen, Schulti? Nur weil ich auf dich geschaut habe. Weil du mein Vorbild bist. Wow. Was ist das? Er hat mich so komisch gedreht. Aha, ich habe... Ja, super. Jetzt sehe ich es. Ja. Hast du mit dem Bremsansager? Nein, mein Pneu hinten ist am Arsch. Ja, komm. Ich habe ihn gereicht. Hehehe. Der Arsch schulti mich. Hehehe. Der Arsch schulti mich. Arsch... Un... Un... Un schulti. Nicht der Archenemies, sondern der Arsch schulti. Ich würde sagen, ich muss ein bisschen Risiko machen da, he? Ja, komm jetzt, Jacko. Du darfst mich auch nicht abknallen, oder? Ich höre aber, du bist schon dran. Ja. Ich? Ja. Fuck. Nein. Nein. Ich bin ein paar Kilometer hinten dran. Nein. Du darfst jetzt? Ja, war es. Jetzt bin ich abgestürzt. Oh, geil. Und ich auch. Ja, aber geradeaus ins Zeug rein. Wir haben alle, ja. Nein, hey. Aber es ist gerade nochmal. Oh. Soll ich mich jetzt das Handy führen? Hehehe. 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 Eine kleine Kürfliege. Soll ich mich wieder mal konzentrieren. Hei Kopf, dammi. Steig auf, Sau. Hehehe. Es wird jetzt Sprachstörung aktiviert. Hehehe. Stieg auf, stieg auf. Du Versager. Der Unterfälle da hinten runter. Oh nein, wieder falsch gefällt. Nein, sag das nicht. Hehehe. Hehehe. Hohet ihr weg? Wer hat dich gefunden? Hehehe. Hohre, rumgegumpern. Da hab ich ja nie durchgefallen. Hehehe. 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 Das ist wirklich ein spezieller Weg, ja? Mhm. Aber auch ein spezielles Verschiesse. Hehehe. 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 Mit der kleinen Konzentration wärst du da... Uh, Huh, er nähste. Hehehe. Schultemässig wärst du, du. Hehehe. 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 So, ich hab wieder... Du hast mehr beim Wetteton als ich. Oh, oh. Oh, oh. Mein Ziel. Mein Ziel ist Level 60. Hast du falsch gewettet? Hast du gewettet? Ah, ich hab auf die Verschuldung gewettet. Ja, ja, ja. Nee, nie auf mich. Hehehe. Nie auf mich. Ja, wir gehen jetzt auch über alle Berge. Mhm. Mhm. Ja. Tschöne zusammen. Tschöne zusammen. Tschöne zusammen. Tschöne zusammen. Tschöne. Ja, ich bin hier.